Eyo Leute, was geht? Heute zeigen wir das Game Gartic Phone. Das Spiel ist eine Mischung aus Flüsterpost und Scribble-Ivo. Zuerst schreibt jeder einen lustigen Satz, danach werden die Sätze verteilt und man muss den Satz zeichnen. Danach werden die Bilder verteilt und man muss einen Satz zum Bild schreiben und immer so weiter. Am Ende werden dann die Bilder mit den Sätzen gezeigt und da, da fängt der Spaß dann erst richtig an. Ach ja und bevor es losgeht, lasst gerne ein Like, da falls euch das Video gefällt. Und damit, let's go! Awww Geist Liebling, schau mal diese scheiß Fische an der Eltern mit den Fischen an. Erstmal ganz kurz, jetzt wo Armin schon aufnimmt, alle einmal gleichzeitig Darwin Key sagen nicht mal gewissen, wie sich das anhält, okay? Okay, okay, gleichzeitig aber okay, ich zähl runter, ich zähl runter. Okay, 3, 2, 1. Darwin Key! Digger, das ist so cringe, Alter. Ja, wir starten einfach rein, ne? Okay, perfekt. Hey, das ist ja richtig heiß, ja. Oh shit, Digger. Ihr müsst alle was schreiben, ihr müsst alle irgendwas Lustiges schreiben. Passt. Fert dran, fert dran. Oha, jeder zeichne. Oha, oh je, das ist geil. Jeder zeichne? Ja, jeder muss zeichnen, los, zeichne. Äh, boah, das ist schon echt schwer. Wo steht die Zeit? Okay, oben rechts. Oh, Digger. Ah doch, oben rechts. Oh nein, das Telefon klingelt. Telefon, Telefon. Ah, ehrlich. Nein, das ist schön. Oh, was? Oh, das ist so doll. Oh, Mann. Oh, Mann. Digger, was ist das? Also, ich weiß safe, was das ist. Ich weiß so doll, was das ist. Ey, wer hat die Linien so perfekt, diese Zeichen? Ja, safe, ey, das ist hier unser Zeichenkünstler, Yannick, Alter. Hat der mit Lineal? Ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich hab das nicht ausgepackt. Was, halt? Auf dem Maus. Auf dem Maus. Ja, aber okay, das Telefon die ganze Zeit. Oh, Scheiße. Ich hab grad keinen Platz, genau, an einem Laptop. Als ob, Digger, das kann ich, was ist das Ding, das kann ich hier reinschneiden? Nein. Oh mein Gott, Alter, warum hab ich, Alter, ich hab den Wochenende ein bisschen, fahren wir ein bisschen runter mit den Jokes, Alter. Oh, Leute. Boah, der ist so doll französisch bei mir. Ich auch. Das ist so schlecht von mir. Ja, bei mir auch, ist das irgendwie so, man checkt halt gar nicht, was auch geht. Ich weiß nicht, Mann, das ist, hä? Tut mir leid, Ami. Hä, was ist das denn? Digger, das hat Yannick gezeichnet, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist eine, ich weiß, was es ist. So. Costa geht ins Gym. Damn. Costa, der Lauch, hatte eines Tages genug, an Lust zu pumpen. Oh, shit. Jemand bricht sich den Arm beim Handeln heben. Gewichterheber. Okay, 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 warte. Es war einmal ein Bananasplit. Der war sehr traurig. Oh mein Gott, jetzt war es sehr süß. Das ist gut, das war gut. Ein trauriger Männer-Split. Oha, oha. Ey, will gut. Ja. Wie schlecht, ne? Der ist doch nicht drauf. Wieso ist der Trau? Eine postmoderne negativ-Dachkommende. Was soll ich daraus machen, bitte? Oh mein Gott. Der ist übergutes, übergut gewesen. Ey, alle checken es, alle checken es. Ich check dich, Armin, die kommen auch gleich. Ich hab, ich check was aus. Oh, das weiß man vielleicht nicht. Eine lachende Pyramide. Ja. Ja, okay, okay. Warte, fuck, ist so barm hier, Alter. So barm hier, mach ich auch vorbei. Todes Pyramide, beobacht jetzt nicht, wie du einschlägst. Alter, oh mein Gott, Alter. Eines Tages hat die Terminie durchfallen. Okay. Oha, Digga, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ein Junge hat Explosiven, meist im Schiff. Aber weiß, weiß. Scheiß neben Riesen-Mais. Oh mein Gott, das ist der Ende. Warum fickt anderen aus? Alter, wie geil. Oh mein Gott. Das ist so gut, Digga, das ist so gut. Das kannst du doch nicht machen. Ich quetsche meine Zitrone aus dem Kee. Was darfst du an der Osteck? Zitronen-Kolbenpresse. Zitronen-Kolbenpresse. Oh mein Gott, Alter. Ein Hummel wird zusammen mit einer Zitrone gematscht. Drei Punkten. Kein Abbausgesetze. Ey, das ist so klar, dass du so was schreibst, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil. Armin bremmt sich Döner mit doppelt Fleisch. Döner? Oh mein Gott. Ich habe voll viel Mühe gegen meinen Döner. Oh, er hat es erkannt, er hat es erkannt. Ich dachte, das wäre ein Taco. Das ist doch kein Döner, Digga. Ey, oh mein Gott. Schlecht, Kion ist ein gebratener Fisch. Was ist das denn Fisch? Alle Fisch, das sind Döner. Meuter, oah. Armin, selbst den Lehn. Alter. Das ist die. Oh, Digga, wie geil. Hä, war übelgeil. Postbote schlägt Typen ins Gesicht. Oh, wow. Oh, ein Kind, Alter, oah. Als ob du ein Kind genommen hast.